München und Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. Hallo, herzlich willkommen zum VfR-TV. Das Spiel ist vorbei, 3 zu 1 Sieg. Ich darf begrüßen Daniel Suck. Hallo Daniel, ich grüße dich. Schön, dass du Zeit hast. Er ist mit Glückwunsch zum 3 zu 1 Sieg. Nach vier Minuten hast du dir den Ball hingelegt und mal einfach draufgezimmert, den Freistoß. Kannst du mal kurz die Situation erklären, weil er fühlte ja zur Führung zu 1 zu 9. Ja, ich habe mich heute gut gefühlt. Im Aufwärmen hat das eigentlich ganz gut geklappt. Beim Torschuss zum Schluss noch mal einen hingelegt. Dann hat der Kapo den Ball hingelegt und hat gesagt, Suki, mach den Ball. Hat mich gefragt, ob ich mich gut fühle. Ich habe gesagt, ja, ich bin gut drauf. Dann hat eigentlich vieles gestimmt. Der Ball schlägt genau links neben dem Pfosten ein im rechten Eck. Silas macht es gut davor, blockiert so ein bisschen die Sicht vom Torhüter und geht genau im richtigen Moment weg. Dann war der Ball auch eigentlich schon im Netz. Anschließend bist du zu Florian de Brato gelaufen. Warum? Ja, kurz vor dem Freistoß hat er kurz reingerufen, mach so wie im Aufwärmen. Ja, dann war der Ball drin und dann muss ich mich kurz zu jemandem bedanken, nur mal für die Motivation. Okay. Es gibt eine kleine Statistik, in der sind wir aufmerksam geworden über Facebook von der Firma Opta. Da heißt es, wir gehören zu den wenigen Vereinen der ersten vier Ligen, die immer getroffen haben. Was sagst du dazu? Ja, mittlerweile sind es ja nur noch acht Mannschaften, glaube ich, so nach aktuellem Stand von den ersten vier Ligen. Und ich meine, wenn man mal guckt, wir haben jetzt mittlerweile 15 Spiele und sind immer noch in dieser Statistik. Spricht auf jeden Fall mal für unsere Offensivqualitäten und schauen wir mal, wie lange wir da noch mit in der Statistik sind. Ich hoffe, noch relativ lange. Und die Statistik sagt ja auch vieles aus. Ich meine, wir spielen zurzeit wirklich einen attraktiven, guten Fußball. Klar, hinten kriegt man auch mal einen. Das kann man manchmal auch nicht gegen gewisse Mannschaften vermeiden, weil sie sehr stark sind. Aber was ist die Stärke vom VfR momentan? Ich finde auf jeden Fall unsere Effektivität. Also, wenn man mal guckt, so in einem Spiel gerade wie jetzt Schweinfurt oder auch letzte Woche gegen Illa Tissen, wo wir eigentlich jetzt, sage ich mal, aus drei, vier Chancen unsere Tore machen. Das finde ich Wahnsinn dieses Jahr und einfach unsere Flexibilität, wenn man mal guckt. Wir haben mit Meisi jetzt mittlerweile einen, der hat, glaube ich, jetzt neun Tore. Stefan hat sechs Tore, der Kapo schießt jedes Jahr seine Tore einfach auf mehrere Schultern verteilt. Wir haben jetzt nicht nur einen, auf den sich dann auch die Gegner konzentrieren, sondern sind halt einfach dadurch flexibler und ein bisschen unzurechnungsfähiger. Bevor ich dich entlasse, noch eine letzte Frage. Das Ziel vom VfR ist? Nur drinnen bleiben. Klassenheit immer noch? Immer noch. Perfekt. Danke dir. Gerne. Ja, vom einen Daniel zum nächsten Daniel. Daniel, herzlichen Glückwunsch zum 3-1-Sieg. Daniel, Suck hat nach vier Minuten ein gutes Gefühl und hat den einfach mal eiskalt reingehauen. Wie hast du das empfunden? Ja, das Lustige ist, dass er beim Aufwärmen schon genauso einen gemacht hat. Ja. Und dann haben sie von draußen schon gerufen, als er schießen soll. Und dann habe ich gedacht, gut, Sucki, dann mach. Und er hat einen unheimlich guten Schuss. Und wenn er dann wirklich mal genauso trifft, dann dürfen sie sich keine mit dem Tor belohnen. Der Sucki hat uns ein bisschen erzählt über momentan das Wort Effektivität, hat er zwei-, dreimal erwähnt. Dass wir vorne momentan nicht nur einen Dennis Niebauer haben, sondern wir haben auch den Iceman, also den Isi. Wir haben auch noch andere Spieler, die momentan treffen. Wie siehst du das momentan, die Offensivqualität? Ja, Wahnsinn. Also da haben wir jetzt in 16 Spielen 16 Mal getroffen. Wir haben unglaublich viele Tore geschossen. Wir haben einen super Torschnitt. Also von daher alles gut. Die Jungs sind effektiv, was das angeht. Sie brauchen nicht viele Chancen. Und dann darf man das auch gar nicht so thematisieren. Nicht, dass sie meinen, sie müssen noch nicht mehr. Sondern du musst es in der Liga einfach sein, weil du bist nicht so spieldominant. Du hast keine 70 Prozent Ballbesetzung, kannst dann dein Spiel daraus entwickeln und deine Gegner müde spielen. Und dann, das funktioniert nicht, sondern du musst über das Tempo kommen, um das Umschaltspiel und dann musst du den Spielern auch die Möglichkeit geben, dass sie halt dann keine schwierigen Torschancen haben, sondern dass sie dadurch halt schnell und gut freigespielt werden. Und das kriegen wir sehr, sehr gut hin. Gehen wir mal ganz kurz aufs Spiel nochmal ein. Effektiv waren wir heute auch wieder. Aber man hat gemerkt, gerade in der ersten Halbzeit warst du draußen nicht so ganz zufrieden. Was war los? Ja, wir sind zu weit rückwärts gegangen. Wir waren schlampig im Ball gewinnen und im Passspiel daraus. Wir haben einfach viel zu viele Situationen, die uns eigentlich zur Erholung helfen auch, weil du doch viel gegen den Ball arbeiten musst. Und wenn du den Ball, wenn du ihn gewinnst, so schnell wieder wegschenkst, dann ist es halt einfach fahrlässig für alle. Auch für die, die gerade nicht involviert sind. Weil die müssen dann wieder in die Tiefe laufen, müssen wieder nachlaufen. Also das ist, da muss man einfach konsequenter und besser werden. Und deswegen bin ich da ein bisschen rumgeturnt draußen. Dann haben wir es nicht verstanden, was ich von draußen angesagt habe. Dafür braucht man dann die Halbzeit, dass ich es ihnen erklärt habe an der Tafel. Ja gut, dass du die Halbzeit ansprichst. In der Halbzeit findest du ja komischweise in dir sozusagen irgendwie immer die passenden Worte. Ich finde, die Liga ist gut zu analysieren. Also die Spielidee vom Gegner ist gut zu erkennen immer. Und es macht uns Trainern sicherlich auch einfacher, darauf einzuwirken, dann, wenn der Gegner ein gewisses Konzept spielt, das Konzept dann auch wirklich zu erklären und den Spielern an die Hand zu geben, was sie dagegen machen müssen. Und das haben wir klar und gut hingekriegt in der Halbzeit. Ich habe es ihnen halt erklärt, wie sie es halt machen müssen, wo die Laufwege sind, wo der Gegner seine Passwege sieht. Und dann musst du sie zustellen halt. Und dafür ist eigentlich Zeit genug gewesen. Und wenn du dann die Ballgewinner hast, dann sind sie halt einfacher auch. Du bist näher in der Zone, hast es einfacher, von dort aus rauszuspielen, hast mehr Anspielstationen. Und das war einfach dann viel, viel besser. Momentan kriegen wir viele Glückwünsche. Und ich meine, wir als Mannschaft oder als Verein schauen ein bisschen, sage ich mal, mit einem kleinen Lächeln auf die Tabelle. Aber im Endeffekt geht es ja darum, wir wollen den Klassenerhalt. Und jedes Mal, wenn wir natürlich den Klassenerhalt erwähnen, ist auch auf Facebook zum Beispiel so, dass der eine oder andere Fan sich dann wundert, warum reden wir vom Klassenerhalt. Kannst du kurz darauf eingehen? Also für mich ist es, wenn du die Historie der letzten Jahre siehst, wie die Aufsteiger agiert haben, dann haben sie im ersten Saisondrittel viele sehr, sehr gut gespielt, bis sich die Amateurmannschaften vor allen Dingen an den Herrenfußball gewöhnt haben, bis sie ihr Konzept gefunden haben, bis es alles eingestimmt ist. Und ab der Phase wird es dann irgendwann sehr, sehr schwierig, gegen diese Mannschaften zu punkten. Dazu kommen die Aufsteiger oder die anderen richtigen Herrenmannschaften, so wie Seligen, Porten, wie Wackerburghausen oder Haching, die einfach sich immer besser einspielen. Und für uns ist immer die Gefahr, dass man in dieser Euphorie am Anfang mitschwimmt und dann irgendwann zusammenbricht. Das haben wir im ersten Jahr erlebt, weil wir einfach über die Trainings, über die Trainings dadurch, dass wir nur dreimal trainieren, unser Gegner trainiert fünf, sechs Mal, die können halt einfach, die können einfach mal ein ganzes Training dafür verwenden, um Standards zu trainieren. Für sowas habe ich alles keine Zeit. Das heißt, für mich steht über allem diese 38 bis 40 Punkte Marke. Da will ich drüber. Dann habe ich Planungssicherheit für die neue Saison. und dann habe ich auch die Möglichkeit, andere Dinge nochmal weiterzuentwickeln. Und umso früher das der Fall ist, umso besser. Deswegen interessiert mich der Tabellenstand immer recht wenig, sondern die Punktzahl, die ist jetzt halt in einem Maß, wo ich sage, okay, alle fragen halt immer, ja, die Tabelle lügt doch nicht mehr an dem und dem Spielplatz. Nein, sie lügt nicht. Wir waren so effektiv, wir waren gut in der Hinrunde. Und wir haben uns jetzt über dieses Flow von einem Aufsteiger hinweg bewegt. Aber wir haben erwachsene Spieler, wir haben doch auch Spieler, die auch wie der Daniel oder so, die gestandener sind als vor zwei Jahren. Und sie wissen, was ich sage, dass auch da was hinter ist. Also dass du einfach nicht nachlassen kannst. Also Selbstzufriedenheit und, und, und. Das darf halt einfach nicht passieren. Und deswegen, glaube ich, haben sie einfach kapiert. Und so sagen sie es halt auch selber intern immer. Das kriege ich ja auch immer mit. Und uns interessiert das erstmal nicht, was die Tabelle sagt, sondern erstmal nur, was die Punkte sagen. Und umso früher du das hast, umso weniger kommst du im Stress hinten raus. Weil wenn der Stress hinten anfängt im letzten Monat, in den letzten vier, fünf Spielen, dann kommen ganz andere Tugenden. Und dann musst du auf den Spielplan gucken, ob du dann direkte Duelle hast, die du gewinnen musst vielleicht. Oder ob du gegen Mannschaften, die gesichert sind, dann spielen sie frei auf. Die Amateurmannschaften sind dann meistens irgendwo doch gesichert. Dann sind die auf einmal locker, spielen einfach ihr Ding runter, ihr Talent aus. Und dann sind sie ganz, ganz schwer schlagbar. Aber da du Punkte angesprochen hast, wir haben jetzt noch ein paar Spielchen vor der Winterpause. Was ist das Ziel für den VfR? So viel wie möglich. Wie gesagt, ich lasse erst locker und kümmere mich um andere Dinge, wenn die Punktzahl, die ich haben will, da ist. Gut, ich bin wie immer ein Optimist. Ich sage, wir holen so viele Punkte, dass vielleicht vor der Winterpause wir dann bzw. nach der Winterpause entspannt rangehen können und nochmal ein bisschen was testen können und natürlich unseren Zuschauern wieder einiges bieten können. Mit den Worten verabschiede ich mich. Wir würden uns freuen, nächste Woche Auswärtsspiel, darauf auch wieder ein Auswärtsspiel. Und dann kommt der Kracher gegen Unterhaching hier im Seestahlen. Also auf geht's, seid alle dabei. Bis dann, auf Wiedersehen.